Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars 1 vs 1 gegen irgendeinen Und ja, also Bad Wars Duel auf dem Bergmanns Server Hier der Bauer, zumindest Zorki kenn ich Cloud Crafter glaub ich auch mal gehört zu haben Und auf jeden Fall, mir gefällt das Kaufsystem hier übel gut Also, das ist richtig nice Einen YouTuber Rang hab ich jetzt nicht, den kriegt man erst ab 10.000 Abonnenten Oder irgendwelche Verbindungen zum Server Aber ich bin ja nicht in Desperado oder sonstiges drinnen Von daher, hab ich den noch nicht oder werd ich nie bekommen, ich weiß es nicht So Ein paar bekannte Gesichter sind hier immer drauf, das find ich ganz gut Und noch ein Schwert, wo ist denn das Eisen hier genau So, jetzt noch ein Schwert und ein Brustpanzer Ja, den Kuchen kann man auch mal mitnehmen Und noch, auf jeden Fall noch ein paar Blöcke Wie viel kosten die Insta-Brücke? Acht Eisen, boah Viel zu teuer So, mal schauen Ob wir der erste in der Mitte sind Ich glaub nicht Ein Bogen kann er eigentlich noch nicht haben Außer er war super schnell Ich muss aufpassen Ah, es ist gefährlich Er war noch nicht hier Nice Nicer Dicer Oh, jetzt wird's spannend Ah, Mist Scheiße, Leute Scheiße Oh, das war richtig ärgerlich Oh, ich bin so schlecht Aber okay, das lässt sich einrichten So, Fünfer Schwert Rüstung Er prescht vor meine Ich bin mir nicht sicher Aber das ist jetzt eine ganz gute Taktik Wenn wir beide nichts haben Und er vielleicht langsam im Kaufen ist Vorzugehen So, schnell Oh mein Gott Dead Fail Okay, das war schon mal Skillhaft Ja gut Muss ich schon sagen Das war Das war Pro Das war krumtastisch Könnte man glatt sagen Okay So Jetzt nochmal gescheit Oh Mann, Mann Ich bin so ein Fail-Bob Also so ein richtiger Fail-Bob Okay Der ist hier nicht Hat so ausgesehen Ein Bogen lohnt sich aber einfach Bei 1 plus 1 nicht Behaupte ich Oh mein Gott Da hat er mich bekommen Schnell stirb, stirb, stirb Oh mein Gott Jetzt wird's schnell Jetzt muss ich schnell agieren Rüstung Brustpanzer Gott Okay, er ist down Oh mein Gott Ich sollte die Chance ergreifen Aber man kann so schnell einkaufen Das finde ich geil Also das mit dem schnell einkaufen Macht's deutlich spannender Und interessanter Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen Das ist immer so ein hin und her Habe ich das Gefühl Aber richtig spannend Aber richtig spannend Ah Mist Shit Schade, schade, schade Oh, jetzt wird's wieder knapp Wenn er kommt Aber diesmal kann ich mir Direkt ein Brustpanzer kaufen Dann ein paar Blöcke Und Rüstung Ich bin so übel Der Rusher Also mich ehrlich zugeben Ich rush gerne Und bei 1 vs 1 Muss man das immer machen Also es lohnt sich Ich muss es einmal schaffen Richtig zu töten Boah War das knapp Aber jetzt werde ich sterben Ja, ich habe keine Chance Also wenn ich das schaffe Dann bin ich ein Gott Ne Also, ne Ah Mist Ich hätte ihn runterschubsen müssen Mit der Faust Ah, jetzt wird's wieder spannend Wenn er denn kommt Oder er holt sich einen Bogen Das ist natürlich auch eine Lösung Wahrscheinlich macht er das sogar Aber es bringt ihn auch nicht weit Also einen Bogen Ich glaube nicht, dass es weit was bringt Oh mein Gott Und wieder hin Ich muss mir mal Einen Spinnenbeben gehangen Eine richtige Taktik überlegen Ich denke, er holt den Bogen raus Oh, das war eine Dummheit von ihm Oh, nice Perfekt Okay Okay, Bad ist weg Und Ja Weg ist Strafed GG Boah, das war so ein Leichtes Hin und Her Ähm Noch mehr Knockback Spaß Ja, man bekommt richtig viel Knockback Teilweise Das bekomme ich auch zu spüren Teilweise gar keinen Teilweise richtig viel Ich hoffe, es hat euch gefallen Das kleine Duell War ganz cool Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute Ciao Ciao